Moderatorin Janine Reinhardt und ihr Freund und Schauspieler Kostja Ullmann waren gestern in Hamburg unterwegs. Und zwar bei einem Gig in privater Atmosphäre von Rapper Sammy Deluxe und Sänger Matteo Caprioli. Oh yeah! Sängerin Mandy Capristo und Model Toni Gahn posten diese verrückten Fotos vom Superstar-Festival Coachella in der kalifornischen Wüste. Top gestylt natürlich. Model Barbara Meyer hat was zum Knutschen gefunden. Diesen kleinen Fiat 500 mitten in New York. Ob ihre Modelbeine da wohl reinpassen? Sarah Kuttner hat Angst vor Kindern. Sie kann nichts mit ihnen anfangen und möchte daher vorerst keine eigenen haben. Allerdings nur, weil die Moderatorin von drei von ihnen einmal angefallen wurde, wie sie mit diesem Facebook-Foto beweist. Verständlich. Und ganz unter Müttern, Frauen, Mädels oder auch Weibers plaudern Moderatorinnen Charlotte Würdig und Colleen Ulmen-Fernandes beim Jolie-Interview über schlaflose Nächte, Schwangerschaftsfunde und ihre bekannten Ehemänner Sido und Christian Ulmen. Und damit bis zum nächsten Update.